Moin Leute, willkommen zu einem neuen Raidguide. Heute geht es um Skidogrok mit einem der stärksten Feuer-Pokémon im Spiel. Ich würde sogar fast sagen, das stärkste im Spiel. Und ja, ich würde sagen, ich stelle euch heute mal vor, wie man ihn spielt. Ein paar Tipps, ein bisschen Tricks noch bis zu den Items. Und ja, weil für mich ist es schon ungefähr das zweite Mal, dass ich es aufnehme, weil ich habe gerade im Schnitt gemerkt, hm, der Mikrofon war gesturmt und du hast ungefähr das ganze Video aufgenommen. Aber egal, Leute. Für mich in die zweite Runde mit Skidogrok, wie man ihn spielen kann, was man beachten sollte und ein bisschen was zum Moveset natürlich. Also fangen wir erstmal an. Natürlich Level 100 sein. Immer ganz wichtig, Leute, jedes Raid-Pokémon Level 100. Seine Typen sind Feuer und Geist. Das heißt, wenn wir nicht Terra kristallisieren, können wir Feuer- und Geistattacken einsetzen. Wenn jemand gerade fragt, warum, wenn Feuer-Pokémon Feuerattacken einsetzen, machen die Feuerattacken mehr Damage. Habt ihr den Geist-Typen, machen eure Geistattacken mehr Damage. Sobald Skidogrok Terra kristallisiert in diesem Moveset und ist Typ Feuer, machen nur noch Feuerattacken mehr Damage und nicht mehr die Geistattacken. Das nochmal so nebenbei, nochmal zur Mini-Aufklärung. Ähm, Item spiele ich in meinem Moveset Halspray. Ja, Halspray hat keine Halsschmerzen, nein, aber ich habe dieses Item gestern zum allerersten Mal ehrlich gesagt bewusst gesehen. Ähm, es erhöht bei Einsatz einer Geräusch-Attacke den Spezialangriff des Drehgass. Ja, Alternativ könntet ihr Metronom spielen, wenn ihr eine Attacke öfter einsetzt, dann wird sie stärker, immer 20%, also erster Angriff normal, danach 20% mehr, 40% mehr bis maximal 100%, dann endet das Ganze. Also in Runde 6 macht ihr maximal Damage für den Metronom. Ist ein bisschen die Option, wie ihr spielen wollt. Ich finde in meinem Set, wie gesagt, finde ich Halspray ein bisschen besser. Ich erkläre euch auch gleich, warum. So, Moveset-mäßig, Leute, spielen wir Spukball mit reingenommen, weil wir den Typ Geist haben, das heißt, wir können Spukball-Attacken einsetzen, plus wir können damit die Special Defense des Gegners senken, ist vielleicht, und mit gewissen Pokémon, also mit gewissen Pokémon eine ganz gute Kombination, die speziell angreifen. Ähm, Target Deep haben wir mit drinne, weil wir mit Target Deep ja unser Leben um 50% regenerieren können. Kennt ihr vielleicht vom, ähm, Lamus-Setup. Viele kennen die Attacke schon. Und jetzt kommen wir zu unseren beiden Moves, die ich in dem Setup spielen möchte. Also einmal Lodalit. Ähm, ihr tut Prinzip mit dem Angriff angreifen. Ihr seht ja auch, der Anwender spuckt in rünstig lodernde Flammen, als würde er singen und versenkt das Ziel. Dadurch steigt auch der Spezialangriff des Anwenders. Das heißt, ihr greift an und euer Spezialangriff steigt. Dadurch, dass das eine Geräus-Attacke ist, steigt auch, ähm, euer Specialangriff wegen Halspray, das ihr ausgerüstet habt. Das heißt, ihr pusht euch zweimal mit Spezialangriff. So. Das macht ihr dann so lange, bis euer Spezialangriff auf Max ist. Ja, also spielt das 3-4 Runden, spielt ihr diesen Move, wie es bei euch reinpasst, bis ihr halt auch dann Terra-Kristallisierung geht. Also eigentlich könnt ihr das so lange spielen, bis ihr Terra-Kristallisiert. Ja. So. Dann Terra-Kristallisiert ihr. Und in meinem Set spiele ich dann Low-Kaunade. Das ist der, ich würde sagen, müsste der stärkste Feuer-Move im Spiel sein. Man könnte auch Hitze, ich glaube, Hitze, Koller, ich gucke gleich nochmal, äh, könnte man auch spielen mit einer 130er-Damage, wo man keine Runde aussetzen muss. Ich finde halt, das ist halt so dieser Special-Move. Wisst ihr, ihr habt euren, euren Angriff auf Maximalst, das ist gebracht, was halt geht, und dann kloppt ihr mit dem stärksten Feuerangriff einfach komplett durch. Ja. So ungefähr ist der Gedanke dieses Set, wie ich es gerne spiele. Ähm, wie gesagt, man könnte auch Lodalit nur spielen, wenn ihr Metronomen spielt und sagt, nö, ich will nichts anderes spielen. Dann spielt ihr zum Beispiel nur Lodalit und einfach nur mit, also Metronomen statt Halsspam und dann einfach nur Lodalit die ganze Zeit spam. Ihr könnt aber auch beispielsweise statt Low-Kaunade, ähm, hier zum Beispiel, äh, Hitze, Koller spielen, ja. Ihr bekommt halt dadurch einen, ähm, also der Spezialangriff des Anwenders, äh, durch den Rückstoß, also du bekommst Prinzip, also Angriff von der Kraft, der den Spezialangriff des Anwenders durch den Rückstoß stark senkt, so. Das heißt, euer Spezialangriff sinkt, das heißt, ihr könnt den Angriff nicht so oft wirken, weil halt im Endeffekt ihr wieder runter geht von einem Spezialangriff. Hat er für eine 130er Base Damage. Müsst ihr wissen, was ihr lieber spielt, wie gesagt, ich finde einfach Low-Kaunade einfach cooler und, äh, spiele das, aber ihr könnt auch eine andere Attacke statt Low-Kaunade als Ding spielen. So, ähm, zu Target-Deep kommen wir gleich nochmal, weil, ähm, Skill-O-Krog kann nicht von sich aus einfach Target-Deep, aber da erkläre ich gleich nochmal, wie das funktioniert. So. EV ist natürlich auf KP und speziell, weil wir greifen ja speziell an, deswegen sollten wir da auch den Angriff maximal pushen und halt KP, weil mehr Leben ist immer gut. Ähm, Wesen sollte mäßig sein, wenn euer Pokémon nicht das wesige Mesen von Hausau hat, wie zum Beispiel meins, meins ist ja kühn, äh, ihr wollt aber, ähm, mäßig haben, dann haut ihr einfach eine mäßige Minze drauf, also einfach einsetzen, geben, dann seht ihr, dass bei Spezialangriff rot und bei normalem Angriff blau ist, dann wisst ihr, dass ihr das Wesen geändert habt. Wir spielen die Fähigkeit Unkenntnis, das Pokémon ignoriert bei Angriff sämtliche Statusveränderungen des Ziels, das heißt, diesem Setup ist egal, ob der Gegner irgendwelche veränderten Statuswerte hat, ihr haut einfach trotzdem durch, das heißt, er kann seine, seine, seine Defense alles pushen, egal, ihr haut trotzdem durch. Ist ganz angenehm, ähm, dass ihr darauf in dem Raid mit dem Setup so gesehen nicht achten müsst. Ja. Das ist im Großen und Ganzen das Moveset, so wie ich mein Skill-O-Krog in, äh, Kamsin und Popo spiele, äh, zu Target-Deep-Leute, also, also auch zu Loge-Karbonnade. Das sind zwei Attacken, die er nicht kann. Lodaline und Spukball kann er, aber, ähm, wir können keine Loge-Karbonnade und wir können auch kein Target-Deep. So, was machen wir denn jetzt? Ja, also, Target-Deep ist ganz entspannt. Ihr braucht dafür ein Pokémon, was Target-Deep erlernen kann von Haus aus, weil das ist keine TM-Attacke, sondern eine Zucht-Attacke. In dem Fall habe ich jetzt Lamus genommen. Jeder von euch hat wahrscheinlich einen Lamus, ähm, oder nurfalls kann man das sich relativ leicht holen, weil Lamus kann Target-Deep von sich aus erlernen. Das heißt, ihr nehmt Lamus in euer Team auf und nur Skelo-Krog und Lamus sollten im Team sein. Dann geht ihr hin, ähm, und tut bei eurem Skelo-Krog einfach eine Attacke verlernen, die ihr nicht haben wollt, macht hier also, äh, aktuelle Attacke vergessen. Wir machen dann einfach einen Angriff weg, wie zum Beispiel Target-Deep jetzt in dem Fall. Ich kann es euch ja mal zeigen, wir machen das mal ganz gut. Wir machen jetzt hier Target-Deep, zack, wir machen das jetzt hier weg. So wird es ja bei euch auch aussehen. Ihr habt dann im Prinzip nur drei Attacken im Moveset. Dann geht ihr im Prinzip hin, sagt, ihr wollt ihm ein, äh, also ein, äh, ein Item geben. Dann rüsten wir ihm jetzt hier mal ganz schnell das Kopierkraut aus. So, zack, zack. Ja, gegen Halsway kurz tauschen. So, und dann gehen wir in die Box und nehmen unser, äh, unser Lamus mit ins Team. So, zack, Lamus für Gastrodon. So. Das ist eure Vorbereitung. Also Skelo-Krog mit Kopierkraut. Das kann man in der Stadt kaufen, wo der, wo der Wasser-Arena-Leiter ist. Also da, äh, ich zeig euch gleich Garafosa City. Ich muss noch ganz kurz gucken. Äh, da im Botebeutelladen könnt ihr auf jeden Fall Kopierkraut kaufen. So. Dann geht ihr also hin, macht im Endeffekt das Picknick auf, macht das, ich hab da jetzt kein Shiny dabei, ich hab grad nicht geguckt. So. Ähm, also Picknick auf, dann machen wir das Picknick dazu. So, zack, zack, zack. Und dann gehen wir auf Skelo-Krog und dann seht ihr, unser Skelo-Krog kann jetzt Target-Deep. So, ganz entspannt. Also, ihr braucht einfach nur ein Pokémon mit Target-Deep und, äh, Kopierkraut auf Skelo-Krog. So. Ähm, Low-Karnade müsst ihr auf der Karte finden. Ich verlinke euch mal in der Beschreibung eine, ein Video, wo ich euch, ähm, erklärt hab, wie man alle TMs in diesem Spiel finden kann, äh, die man finden kann. Weil man, wie gesagt, Zuchtattacken könnt ihr halt nicht finden, aber Low-Karnade kann man finden. Ich sag, Link in der Beschreibung, äh, falls ihr die Attacke nicht bereits schon aufgesammelt habt, Leute. Ja, dann würde ich sagen, das war ja nicht alles zu, ähm, Skelo-Krog. Kopierkraut, wie gesagt, gibt es hier in Garafosa City, hier, äh, im Boto-Beutelladen in, äh, dem da. Also generell da. Und, äh, Halsspray als Item könnt ihr in Mesalona City kaufen, hier unten in dem Boto-Beutelladen oder auch dem, das ist egal. Ähm, was kann man sagen, sagen, ja, ähm, EVs natürlich, hab ich über Chaneras gemacht, die sind ganz hier oben. Da haben wir mal eine Chaneras platt gemacht für EV-Training, für KP und Girafarix für Spezialangriff, die auf der Seite oder im Schlund, das ist ein bisschen euch überlassen. Sonst könnt ihr einfach auch KP Plus und, ähm, Calcium benutzen. Das funktioniert auch, um die Werte zu pushen. Natürlich solltet ihr auch die Werte maximieren. Also DVs natürlich, Leute, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also immer auch die DVs hier maximieren über Silberkornkorken, ähm, und das macht ihr hier oben in Frigamotor City. Falls jemand, Frigamotor City? Ne, ne, nur Frigamotor. Falls jemand Probleme hat und man denkt, hä, EVs, DVs, what? Viel zu viel Fremdwörter hier in dem Video. Ich verlinke euch, wie gesagt, Guides zu diesem ganzen Thema nochmal in der Beschreibung. Da könnt ihr das Ganze nochmal ausführlich angucken. Dann wisst ihr auch, wie das in Zukunft besser funktioniert. Also, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.